so yo hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und zwar heute ein thema richtig gechillt auf jeden fall würde ich sagen und zwar wird demnächst ein turnier stattfinden das wird genauso sein wie celos nur dass es nicht so streitigkeiten gibt wie zurzeit da aber das ganze projekt nennt sich projekt mystery da gibt es auch einen eigenen kleinen kanal dafür schon auf youtube jetzt wäre chillig wenn er da mal vorbeischaut da sind auch die ganzen teams und schon so ausgelost worden und genau ich bin im team kaku zu leute das team müsst ihr euch merken auf jeden fall wird am schluss im finale stehen hoffe ich mal wird zu sein und ja wird auf jeden fall richtig gechillt leute ich weiß nicht ob jeder jetzt zielers kennt auf jeden fall ist es eine community aktion eigentlich die ja die ganzen cd youtuber eigentlich ein bisschen mehr zusammenschweißen soll sozusagen und dass sie sich ein bisschen mehr kennenlernen und alles das sollte es eigentlich bewirken und die ja genau da sind 32 spiele dabei acht teams leute und genauso auch viertelfinale halbfinale finale wird es dann geben der ganze spaß wird dann so ende august somit mittel ende august wird der ganze spaß anfangen und genau das wird auf jeden fall richtig gechillt denke ich mal soll natürlich auch um spaß gehen nicht nur ums gewinnen aber ich denke jeder will gewinnen und einfach zerstören also die regeln sind genauso wie bei celos und genau sonst ist eigentlich alles gesagt auf jeden fall richtig geil dass man das auch für kleinere youtuber jetzt machen der ganze veranstaltung das ausdacht hat es der weibs clan und genau das wird auf jeden fall richtig geil leute richtig gechillt ich hoffe da kommt sie dann auch da vorbei da wird es dann auch ein live stream geben und alles und genau da wird dann auch alles live übertragen man kommentatoren sind dann auch am start und dann wird das ganze richtig geil würde ich sagen sonst keine ahnung jetzt bald leute ich bald geht es los im urlaub und genau ich tue jetzt paar videos nur vor produzieren denn ich weiß nicht ob das wlan wirklich bei mir im urlaub so ausreicht dass ich dann auch videos hochladen kann ich hoffe es reicht aus aber ich weiß es eben noch nicht und wenn keine videos dann kommen sollten wir auch scheiße deshalb mache ich jetzt mal ich glaube vier videos oder so noch und genau dass ihr auf jeden fall was zum schauen habt und jetzt gleich dann trainiere ich gleich noch mit meinem team und schaue wer da so alles drin ist keine ahnung ich kenne die typen nicht aber es sind auf jeden fall wahrscheinlich richtig gechillt es gibt schon eine whatsapp gruppe hat zwar ein bisschen gedauert bis man sich gefunden hat wer in einem team ist aber jetzt sind wir alle zusammen und jetzt schauen wir dann mal jetzt sagt man alle zusammen dann nachher noch und dann zerstören würde ich gleich mal sagen und trainieren ein bisschen genau leute weitere infos was ich nicht gesagt habe seht ihr ja dann auf dem projekt mystery kanal abonnierst ihn einfach wenn es dann losgeht um nichts zu verpassen und dann würde ich sagen ich hoffe euch gefällt der ganze spaß genauso wie mir und dann lasst doch mal ein like dafür da wir sehen uns dann beim nächsten video leute haut rein und ciao ciao